Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Project X Ich habe gerade gestartet und da ist NihonKetz Do no no na 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 dann gehen wir auf den Server Zum ersten Mal glaube ich das erste Menü startet Ist schlimm. Naja, eigentlich je wurscht. So, wo waren wir? Stimmt, ich weiß, dass wir noch letzte Folge im Keller waren. Da bin ich noch kurz raufgegangen und habe ein Thumbnail gemacht. Ender Chests. Ah, stimmt, da wollten wir das Schlimmste da drin machen. Und ich habe mir überlegt, wie macht denn ein Item-Tester Regts? Hm, eigentlich zerrt, naja, schon halbwegs teuer. Hm, und weil, ich hätte mir gedacht, ich pumpe dann, weil ich will das eigentlich doch nicht drin bauen. Da, das ganze Zeug, das baue ich eher lieber so ab. Anstatt, dass ich mir die ganze Kiste abbaue. Ähm, und zwar, dass ich den einfach mit einer Emerald Transport Pipe oder was reinleite in der Chests, so. Äh, das wird dann... Wird dann ganz so... machen. Okay, dann bräuchte ich noch zwei, ähm... verschiedene Pipes. Jetzt mal. Und zwar einmal... eine Diamond Pipe und eine Emerald Pipe. Äh, hier haben wir noch einen Piston. Dann brauchen wir noch Holzzahnräder um... das ist für eine Redstone-Engine. Bräuchten wir noch ein bisschen. Da sind die ganzen Holzzahnräder schon aufgebracht. Ah, ne, hier noch. Zwei, dann ein Glas. und drei Holz. Holz müsste da sein. Gut, dann machen wir uns da mal eine... Glas, Piston... und Gears. Sehr schön. Holz zurück. So. Also, dann brauchen wir hier mal die Emerald Transfer Pipe. Dann danach die Diamond Transfer Pipe. Dann noch, ähm... haben wir dann noch... normale Cobblestone Transport Pipes. Cobblestone Transport... Pipes. Und zwar stelle ich dann ein, dass... Cobblestone... in das Rote kommt. Eigentlich müssen wir das gar nicht so voll fühlen, aber ist ja eigentlich wurscht. Gut, Cobblestone kommt eigentlich in das Rote, nur wenn die Kiste voll ist eben. Dann soll's wieder zurück. Und hier kommt noch eine... Äh, die Engine hin. Wollen wir hier... Hier. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwo ein bisschen... Redstone Energy. Am besten mache ich mir da irgendeinen Block an die Decke. Und setze da dran einen Hebel. Ja, es geht leider nicht so einfach. Äh, zu wenig Platz ist eigentlich... Obwohl ich das eigentlich erst so riesig gebaut habe. So, jetzt bräuchte ich auch den hier nicht mehr. Und auch den hier nicht. So, den hier schon noch. Wir können hier eigentlich auch eine Decke machen. Schaut ein bisschen schöner aus. So, ja. Das schaut doch gut aus. Ähm, jetzt sollte da... Cobblestone rauskommen. Ja, es kommt Cobblestone raus. Jetzt setze ich mal Dirtke. Ah, nö, es war eh Stone ganz vorne. Das heißt, wird wirklich nur das rausgepumpt. Und das wird dann die Enderchest rein. Und wenn die voll ist... Ähm, habe ich dann... ...irgendwas viel. So. So. Dann sollte es da rüber kommen. Ja, außer der noch. Der ist noch nicht Gisch. Ja, genau. Die gehen dann nicht da hinein. Läuft alles wie geplant. So. Das ist die Gelb-Weiß-Gelbe. Wollen wir da eigentlich die zweite hingesetzt? Hä? Wollen wir da echt die zweite? Ach ja, hier. Okay, das ist die, wo es hinein und das ist die, wo es hinauskommt. Und zwar habe ich mir jetzt noch was überlegt. Und zwar kommt dieses Ding hier weg. Das ist ja auch alles. So, dann kommt nochmal... Haben wir den Zaul? Doch, den Zaul fort. Schauen wir noch. So, einfach als Platzhalter. Ähm, und zwar kommt... Mache ich das dann da unten in das System. Hier können wir innen die Stromleitung anzapfen. Und zwar wird mal... Direkt, also... Aus der Enderchest... Kommt der Koppel hinaus. Da kommt man mit ner Wunden. Und ner... Engine. Hier in den... Recycler. Dann wird's wieder... Äh... Hier hinausgepumpt. Aus dem Recycler. Ähm... Dann wahrscheinlich... Dann wahrscheinlich... ...zirka sooo... So in einen Matterfibrcator. So in einen Matterfibrcator. Läuft soweit. Also... Schaut mal gut aus, eigentlich. Schon. Jetzt war noch ein Recycler. Recycler. Compress, burn, and... Obli... 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 Hallo, hinauf. Äh, Circuit, war nicht da nur über. Ja, von denen hab ich genug. Weiß ich, brauch ich glaub ich nie wieder welche. Ähm. Ähm, eindeutig mehr Gummi. Gummi bekommen wir hier. Und es wächst anscheinend wirklich nach, das ist sehr schön. Porn, wenn ich den immer so, äh, lang herum suchen. Auf dem wächst dann nix. Tschüss. Ähm. Und hier. Ist auch auf den zwei, zwei Löcher, die ich sehe. Ähm. Sehr schön. Hier sehe ich direkt nix mehr. Gut, dann hab ich wieder. 19. Wann bekommst du vor, es wird jetzt immer weniger Gummi werden. Wenn der rauskriegt. Aber naja. Bam. Ähm. Hier müsste ich auch mal ein bisschen umsortieren und so. Keine Ahnung, das vielleicht einmal auspumpen und... Linkens haben wir die Dinger sind auch voll. Kann ich gar nicht mehr brauchen. Wann, äh, Kahn, Pressure Plate, kommt da hin. Zombie Pigman und Blaze kommen wieder hier hinein. Ah, stimmt. Hier haben wir schon diese Diamantinen... Elektronentubes. Ähm. Bestimmt, ich könnte mal wieder Flachs anbauen. Äh, würde ich, würde ich ein bisschen... Dingsens bekommen. Vielleicht da hinten machen wir so ein bisschen Feld. Okay. Dafür brauche ich mal eine Hacke. Und einen Wassereimer. Ähm. Eimer. Sehe ich gerade nicht. Bucket. Wo ist unser Eimer? Ah, hier. Okay. Interessant. So, aus dem was hinausnehmen und dann machen wir uns... Hier mal das weg. Und dann, äh... Kommt ein 1, 2, 3, 4. Dann am besten Wasser. Und ein 1, 2, 3, 4. Ja, geht ja sehr gut. Außer da, wo Fackeln stehen ist mal. Ah, da lala. Dort. So, dann noch einmal Wasser. Brauchen wir... Ja, nicht zweimal klicken. Einmal... Dankeschön. Kommt hier Wasser. Und so. So. Ich glaube, es reicht dann sogar schon da von der... Größe. Das wird jetzt eigentlich hier zu viel. So. Alles. Danke. Und... Und, 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 und. Klick, 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 klick. Klick. So, was kann ich erzählen? Wir pflanzen Flax. Flachs. Flachs ist dann... Eine Pflanze. Die zwei... Circa zwei Meter hoch wächst. Und... Aus dem kann man Fäden machen. So circa. Ähm... So. Mehr Flaxseeds brauche ich. Von hier. Brauche ich schon ein bisschen Knochenmehl. Ja, ich weiß, ich könnte das, äh, in... Den Mesorite oder Pulverweiser geben. Würde ich da ein bisschen mehr rauskriegen. Aber ich habe eh sowieso die Knochen. Brauche sie normalerweise nicht. Und wer... Äh... Wer noch nicht herausgefunden hat, was ich vorhabe. Ich will mir nämlich noch ein Candaceback machen. Weil ich einfach ein bisschen mehr Platz brauche. Damit die auch nicht immer so ganz voll sind. Wieso kann da da nichts wachsen? Ist ja eigentlich... Wurscht. So. Mach halt nur die Reihe da. Wir wollen da echt manche nicht wachsen. Naja. So. Mal einiges abernten. Nein, das war falsch. Kommt echt viel raus, das sind Dingern. Muss ich schon sagen. Wow. Eineinhalb Stack Fäden haben wir. Direkt, ähm... Haben wir da jetzt einen Stack und so viele? Ah ja, wow. Okay, also Knochenmehl bringt sich's echt, wenn man mich informieren will. Vor allem noch in dieser Version. Hab ich glaub sogar 1.6 oder sowas. Ist es ja schon eigentlich. Dieses neue Ding sozusagen. Ey, ich hab kein Essen mehr da. Alter, meine Chicken ist nicht mehr so... Karotten, aber... So. Hab ich genug Fäden? Obwohl, ich könnte mir eigentlich noch einen... Also so einen halben Stack noch machen. Wer will noch... Wer will noch... Wer hat noch nicht? Weil... Möchten die die ganzen was? Na doch. Keine Ahnung wann sie wachsen und wann sie nicht wachsen wollen. Mensch. Ähm, so. Der muss noch voll werden. Dann bin ich froh. So. So, passt das voll. Dann wird wieder angepflanzt. So. Ist doch schön, oder? Und du Zombie. Ich hasse dich. Viel Spaß. Ich werde jetzt mit meiner... Bloßen Hand... Mit Flaxseeds werde ich hier... Jetzt kaputt machen. So. Tada. Ähm. Jetzt machen wir zwei Canvas-Bags. Äh, Seeds. Und Seeds. Das und das und... Das kommt hier hin. Und... Korn. Hallo? Ah. Ja. Okay, der Server hängt grad. Irgendwie. Ja. Ahja. Was ist jetzt los? Ist mein Internet weg oder ist der Server abgestützt? Ja, ist wieder da anscheinend. Wollte schon Gran Brasen öffnen und aufs Web in der Face. Drauf gehen. Äh. Hm. What the fuck? Jetzt ist plötzlich 1.3. Jetzt so wieder. Scheint... Ja, jetzt so wieder gut. Okay. Ich akzeptiere es, obwohl ich nicht weiß, was das war. Ähm. So. Das kommt da... Wicke jetzt mal alles rein. Zwei... Äh. Wurscht so. Mir ist der Platz eigentlich egal in dem Ding. Kohle. Die kann aber weg. So. So. So, so, so. Ich wollte mir Canvas Bags machen. Canvas. Ich brauche 16 Canvas. Aber nur 14. Brauche ich noch mehr Dinger. Sticks. Und es sind zwei keine Specs. Habe ich schon drei. Okay, also hier, äh, das ist... Wertvolle Maschinenteile. Dann wird das hier... Ähm. Irgend so Technik-Zeug. Was ich halt gerade nicht brauche. Von Technik. Ich sehe vieles. Okay, er hat irgendwann diese Schatten am Boss. Ähm. Glauben nehme ich leider nicht. Ähm. Ähm. Mensch. So. Äh. Na, Amboss hat gleich noch keiner. Verzauberungstische gibt es schon einige. Amboss. Ähm. Brauche ich hier viel Eisen. Hier ist noch ein Circuit. Das ist sehr gut. Ich habe wirklich gewusst, das bleibt... Äh. Weil ich habe nicht... Letzte Folge eine ungerade Anzahl gemacht. Ach nö. Wir müssen jetzt wieder... Kompressor. Du, die 27 kommen jetzt da hinein. Mit ein paar Overclockern. Geht. Aha. Ich gebe denen Sterbehilfe. Sie sind am sterben. Ich helfe ihnen dann noch am sterben. Magst du mich? Magst du mich? Na, ich glaube sie mag mich nicht mehr. Ja. Wenn ich Gummi brauche, könnte ich auch eigentlich, äh... mit dem... äh, also hier die ganzen Bäume abfarmen. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. So, 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 so. Ja, ich habe drei Eisenblöcke. Ja, ich habe einen Amboss. Ich komme jetzt mal gleich hier hin. Uh. Geils Interface. Okay. Okay. Das ist Maschinenteile. Nein, Teile. Aber ich sehe schon so viele Level. Das ist Technik. Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, Marktwirtschaft hat sich, äh, hat sich gerade so schön beendet. Also ist abgestützt. App Crash. Ich, ich habe irgendwie auf ein paar F11-Tasten oder... auf ein paar F11-Tasten. Auf irgendeine Tasten in der Nähe von F11 gleichzeitig gedrückt und zu offen gegangen. Okay. Maschinenteile haben wir schon. Das sollte Technik werden. Richtige Tasten. Hinterm Mikro vorbeischauen. Technik. Ich sehe schon das Zeug drin. Ja, genau. Ähm. Maschinenteile. Kommt auf jeden Fall vieles raus. Eigentlich je gerade alles. Circa. Kann ich da eigentlich einen an... Ah, schade. Okay. Technik. Maschinenteile und sonstiges. Warte mal. So. Sonstiges. Wollen wir mal kurz schauen. Gibt es eigentlich Backpacks? Ah. Ah, das sind aber nur die Dinger. Das sind so nervig irgendwie. Und, ah, das könnte ich mir auch mal machen. Was, äh, wenn wir CF spoilern. Hm. Gut. Maschinenteile, kommt da auf jeden Fall mal sehr vieles raus. Und zwar eigentlich eh so alles. Circa. Schumagie hätte ich ihn auch nennen können. Also so ist. Äh. Technik, Technik, Technik. Aber wenn ich halt irgendwas baue und viele Teile baue. So wie beim letzten Ding. Also Technik. Also Technik. Das hier, das hier. Das hier, das, das, das. Das, 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 das. Das, das, das. Ähm. So das noch. Das noch. Magie kommt zu sonstiges. Muss man ja nur merken. Halt so. Rohstoffe kommen auch dazu. Die ich gar nicht brauche. Karotten bleiben immer draußen. Und das hier alles so. Bäh. Ach. Hallo? Ach, hier hab ich nen. Gut. Technik ist schon ziemlich voll. Und, äh. Ah, stimmt. Technik kommt denn sonstiges. Da so. Hier nochmal so. Und hier nochmal. Ja. Leer. Kommen die drei mal weg. Wieso wird er mir da in die Hand gegeben, so? Okay. Ich versteh es nicht, wieso ich es in die Hand bekomme manchmal. Manchmal. Und manchmal nicht. Ähm. Na ja, die Folge ist, nein, ich geh schon wieder aus. Schön langsam. Leide. Schnief. Ähm. Hatte ich nicht mehr so ganz viel. Krieg von Iron. Hier. Das ganze Zeug. Technik. Kommt da hinaus. Kommt da hinaus. Dann brauche ich noch Steine. Zeig Stück. Äh. Dann muss ich noch das hier. Äh. Äh. Craften. Und. So haben wir einen Kompressor. Aber jetzt können wir noch einen Recycle machen. Geht ja ganz schnell. Hoffentlich. Okay. Ja. Glowstone 2 Refind. Dirt. So. Ähm. Glowstone. Ich gerne. Dann putze ich an den Recycler. Ist ja ganz schön. Äh. Ja. Kommt. Eigentlich oben hin. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön sehr schön. Jetzt können wir das da austauschen. Aus sonstiges können wir uns einen Zauberstauf holen. Das hier weg. So hier hin. Dann haben wir uns einen Zauberstopp machen. Dann habe ich noch, glaube ich, eine Reston-Engine eben gesehen. So, ähm. Na, die sollte eigentlich nach unten zeigen dann. Also müssen wir die noch mal umdrehen. Wo ist meine Revenge? Ah, hier. So, ähm, ein Hebel dran. Die muss ich halt auch dran haben, genau. Ist ja eigentlich schon praktisch, so, wenn man so viel Platz hatte. Ähm, und dann kommt halt hier noch dann mal eine Engine hin. Und ein Marble hole ich noch, dann werde ich die Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh, einen schönen, ach, also... Wenn ihr ja ganz schnell seid, sind es jetzt ja das Video um. 18 Uhr, oder... Ist bei euch gerade 18 Uhr 30, sowas. Circa. So, dann kommt hier noch die Engine dran. Ja, das könnte passen. Also zwei Engines brauche ich noch. Schreibe mir auch noch schnell hin. Hier. Na, alles schnell, alles schnell. So. Drei Redstone Engines für... Äh, Scrap Meta. Ding. So. Okay, das war's mit der Folge. Wir sind zum nächsten Mal und... Ciao. Tschau. Tschau.